Hi und herzlich willkommen jetzt hier zu einem neuen YouTube-Video. Florian Sondershausen hier und in diesem Video möchte ich mit dir einmal über die Fake-Leute sprechen, warum sie keine Erfolge im Trading halt auch haben. Ja und wir fangen erstmal natürlich mit dem Part an, wo kommen eigentlich diese Fake-Leute natürlich halt auch her. Ja, vielleicht kennst du das Ganze ja halt auch, dass du bei Instagram, Facebook, vielleicht auch TikTok schon mal angeschrieben worden bist, hast vielleicht auch schon mal das ein oder andere YouTube-Video von einer bekannten Person natürlich halt auch gesehen und hast dir einfach die Frage gestellt, ist diese Person eigentlich legit, was die da so eigentlich zeigt? Und das ist dann immer wieder, vielleicht siehst du dann immer wieder neue Videos und denkst dir halt so, hm, ist ja eigentlich schon so, dass es eigentlich ganz legit halt auch ist, weil der fährt ein Lambo, der fährt eine G-Klasse, ist da irgendwo auf Zypern, Dubai, irgendwie da so in diesem Gebiet natürlich. Und dann überlegst du dir natürlich, hm, das könnte ja vielleicht ja schon stimmen. Auf der anderen Seite hast du natürlich dann halt Instagram-Nachrichten, hast Facebook-Nachrichten, wo du halt auch einfach mal angeschrieben wirst, weil der neue Hype gekommen ist und du halt unbedingt drauf losspringen sollst, ja. Da immer Vorsicht, Vorsicht, Vorsicht bei all diesen Parts, ja. Sei es halt bei den sogenannten YouTube-Parts, weil da kannst du natürlich auch immer wieder herausfinden, wie verdient man eigentlich grundsätzlich dort halt auch das Geld, ja. Das ist auch immer ganz wichtig natürlich übergeordnet, das halt auch genauestens zu verstehen. Dann weißt du auch das Prinzip dahinter, wieso, weshalb, warum. Und auf der anderen Seite, bei den jeweiligen Instagram- und Facebook-Nachrichten musst du natürlich halt auch immer aufpassen, wie die halt auch immer anschreiben, weil wenn es ja so gut läuft, dann brauchen die das ja nicht zwingen, ja. Das ist ja halt auch immer so dieser Part. Wichtig ist jetzt also, was ist eigentlich das Hauptproblem von diesen Fake-Personen, ja. Weil eigentlich sind ja alles ja nur Menschen. Eigentlich kann ja jeder auch erfolgreich sein. Aber es gibt halt immer diese anderen Parts, dass es immer wieder Menschen gibt, die zu wenig umsetzen, ja. Weil der Fokus geht dann ganz woanders hin, anstatt auf Erfolge von Leuten zu setzen oder auf Erfolge wirklich auf sich selber zu setzen. Die möchten eher nur das schnelle Geld haben, dann halt irgendwo vielleicht auf Zypern, dann am Strand liegen und halt wirklich gar nichts mehr machen. Was aber halt auch gar nicht letztendlich so eine Befriedigung im Kopf halt einfach halt ist. Also langfristig gesehen ist das sogar sehr schädlich für den Kopf halt. Und du musst einfach nur verstehen, alles klar, der Fokus bei den Leuten geht einfach in eine komplett andere Richtung und nicht auf den Erfolg für dich. Das ist halt der gewaltige Unterschied bei diesem Part. Ein wichtiger Part ist natürlich, dass diese Fake-Personen es gar nicht selber verstehen. Also die befinden sich selber in ihrer Bubble, so bezeichne ich es immer ganz gerne. Und die bewegen sich selber in ihren Parts da rein, dass sie selber denken, dass sie erfolgreich sind. Das ist halt extrem schlimm. Also es gibt da auch Menschen zum Beispiel, die, ein Beispiel, einen 3er BMW fahren, der ja schon 20 Jahre alt ist. Und Gott will, jetzt nichts gegen das Auto, ne? Aber, dass sie sich selber natürlich halt auch einreden, dass das Ganze das neueste Hightech-Auto ist und dass sie sich extrem wohl fühlen. Jetzt nichts dagegen, also gegen das Auto, das kann man ruhig jederzeit immer wieder machen. Und sich da natürlich auch ein bisschen einreden, dass das Ganze ja nicht so blöd ist, sondern dass das Ganze ja auch wertschätzbar ist, ja? Das darf man jetzt natürlich nicht verwechseln. Also ich bin auch dankbar für alle Parts, für alle Facetten, die ich in meinem Leben natürlich da halt auch erreicht habe, Step by Step by Step, weil ich ja selber halt auch aus sehr armen Verhältnissen eigentlich letztendlich halt komme, mir aber das Ganze halt auch erarbeitet habe, ja? Aber kommen wir jetzt weiter natürlich noch zu den jeweiligen YouTube-Parts natürlich, ja? Weil wir haben natürlich viel Content, was wir uns auf YouTube natürlich halt auch anschauen können. Wichtig ist aber auch da, man muss halt natürlich so ein bisschen diese rosa-rote Brille halt auch einfach absetzen und das neutral, rational natürlich mal betrachten. So erstens, wie verdient dieser YouTuber natürlich sein Geld, ja? Das ist natürlich halt einfach in Form von Werbung natürlich, dass er da mit Werbung natürlich halt auch einstrahlt. Wir haben natürlich diverse andere Parts über Affiliate-mäßig. Das heißt also, viele YouTuber checken nicht genau ihre sogenannten RAV-Links, wo die Community, also ihre eigene Community, sich anmeldet. Und ich finde es immer sehr, sehr wichtig, dass wir ja natürlich immer einen wichtigen Part natürlich auch eine große Rolle halt einfach halt auch spielen in diesem Part, was wir natürlich auch anderen Leuten natürlich halt auch preisgeben bzw. halt auch zeigen, ja? Und deswegen ist es halt einfach übergeordnet wichtig, dass du dich einfach mit den richtigen Themen, mit den richtigen Zeiten natürlich auch auseinandersetzt, ja? Wichtig ist, wir müssen uns neuen Content natürlich halt auch anschauen. Du musst dich aber unbedingt natürlich halt auch vor diesen sogenannten Fake People natürlich halt auch, ja, schützen. Das heißt, hinterfrage einfach diese Parts, wenn dich jemand anschreibt, hinterfrage die Parts, wenn du das auf YouTube anschaust, ist das wirklich qualifiziert? Möchte er mir wirklich helfen oder möchte er einfach nur unbedingt, dass ich jetzt das neues Produkt von ihm natürlich halt kaufe, ja oder nein? Das ist halt wichtig, dass du das natürlich halt auch unterscheiden kannst, ja? Weil da kannst du auch eine Menge Geld natürlich halt auch sparen, was du für dich selber investieren kannst oder halt auch einfach so investieren kannst, weil es geht ja in der heutigen Zeit wirklich, wirklich schnell, dass du mal schnell eine App runterladen kannst und dort natürlich halt auch immer wieder kontinuierlich investieren kannst, ja? Und das sollte man natürlich da halt auch nicht vergessen. Du kannst an vielen Punkten sparen. Wichtig ist auf jeden Fall von diesen sogenannten Fake People natürlich halt auch dich selber auch zu schützen, dass du da nicht, ja, reinfällst. Deswegen umso wichtiger, prüfe auf jeden Fall und qualifiziere für dich selber, ist das so richtig, was der mir natürlich sagt oder nicht. Und also halt gerade bei YouTube und bei Instagram, hinterfrage gewisse Parts natürlich. Du kannst halt auch bei seriösen Leuten das halt auch sehr gut natürlich daran erkennen, dass sie eine beständige Firma halt auch haben, auch über mehrere Jahre, dass die Personen, Mitarbeiter halt haben, einen festen Standort haben und nicht irgendwie vielleicht, ja, auf irgendeiner Insel natürlich im Pazifik da halt auch sind, weil dann hast du ja auch wirklich immer einen Ansprechpartner, ja? Und wenn du einen Ansprechpartner hast, ist es wirklich umso besser. So haben wir das Ganze natürlich halt auch aufgebaut, hier im Sitz in Deutschland, in Koblenz. Und ja, ist natürlich immer ein super spannendes Thema. Wir wachsen hier auch kontinuierlich natürlich weiter, haben immer mehr Kunden. Die Kunden dürfen uns natürlich hier auch vor Ort direkt besuchen. Und dann unternehmen wir auch noch was Tolles und Spannendes jederzeit. Und ja, wir helfen unseren Kunden da natürlich dabei, sich ein passives Vermögen natürlich halt auch aufzubauen, ihre Assets natürlich vor der Inflation zu schützen. Weil du hast es ja sicherlich auch schon mitbekommen, die Spritpreise gehen richtig krass to the moon. Und ja, da müssen wir uns einfach vor schützen. Das heißt also, du musst in der Lage sein, dein eigenes Kapital zu managen, zu verwalten. Das musst du halt lernen. Das bringen wir dir halt natürlich halt auch bei. Weil wir haben das schon weit über 1000 Partner und Kunden natürlich halt auch gezeigt, wie ich es persönlich natürlich mache. Das Ganze natürlich nur im Mentoring. Da haben wir verschiedene Möglichkeiten, die für dich halt auch auf jeden Fall passen. Dass du wirkliche Erfolge halt auch erzielst auf der Blockchain selber hin, wie du selber Coins und Tokens sauber analysierst. Dass du eigenständig natürlich wirklich Research-Analyse betreiben kannst für dich. Und immer die richtigen Assets für dich natürlich persönlich halt auch findest. Dass du dann nicht auf jemand anderen noch angewiesen bist. Oder zum anderen Step natürlich, dass wir auch wirklich in den Experten-Frame, also auf dich halt auch angeschnitten, halt auch perfekt alles abgestimmt haben. Wenn es ums Thema Trading natürlich halt auch geht, mit extrem einfachen Strategien, wie du mit ganz wenig Zeitaufwand am Tag natürlich auch sehr profitabel auch agieren kannst. Ja, und wenn dir das Video gefallen hat, dann kannst du auch hier unten noch auf die Glocke klicken. Das würde mich natürlich halt auch nochmal sehr freuen, wenn ich das Video natürlich auch nochmal ein bisschen weitergebracht habe. Ansonsten, wenn du Interesse hast halt für eine kostenlose Erstberatung, um herauszufinden, wo du gerade halt auch stehst, ob wir dir weiterhelfen können in Bezug auf Blockchain oder Börse, dann kannst du hier unter dem Video natürlich halt auch nochmal direkt dich jetzt hier eintragen für ein kostenloses Erstgespräch. Das ist auf jeden Fall immer sehr wichtig, um erstmal herauszufinden, ja, ob wir dir halt helfen können und ob das Ganze zwischen uns halt auch passt. Ja, so viel dazu. Das war's mit diesem YouTube-Video. Ich wünsche dir viel Spaß weiterhin und wir sehen uns zum nächsten Video. Ciao, ciao.